Okay. Nächster Raum. Ich sehe ein Buch mit ein paar Runen drin. Perfekt, das habe ich jetzt 5 oder 6 Bücher stehen. Und ich sehe hier offenbar ganz, ganz tödliche Druckplatten. Ich glaube, wir müssen das mit dem Osten nach Westen bewegen. Wir müssen das richtige Richtungsbuch finden. Wir müssen das richtige Buch finden. Sag mir die Runen des Runes. Ich habe ein Blümchen. Ich habe den Penis mit Zweig. Ich habe den Angelhaken, den Deus-Wild-Angelhaken mit Bückstück. Ja. Einen Typen, der sich freut und dabei noch so ein Schwänzellöschen unten hat. Und so ein Zyklop mit einem Herrchen, der auf dem Boot steht. Und ein Kleid trägt. Sekunde. Nochmal die letzte Runde. Das ist so ein Zyklop mit einem Kleid, der auf dem Boot steht. Und hat so ein Herrchen auf dem Kopf. Okay, dann ist es nicht das, es ist nicht das. Es ist... Ich habe Stops gefunden. Nett. Ähm, die Penis mit Zweig, oder? Ähm, wie genau sieht sie aus? Weil es habe Zweig besser. der Pen, das ist derselbe, den wir vorhatten. Der Zweig geht nach... Der Zweig geht nach rechts. Okay, dann ist es das Buch. Achso, du meinst den Penis mit der... mit der Zweig, nicht wahr? dem Zweig, nicht wahr? Ja, es habe es gefunden, es habe es gefunden. Okay. Okay. Ähm, jetzt muss ich das Buch drehen. Dann natürlich noch die Blume, der Anhack mit Bückstück und, äh, der Drei-Bändige, der sich freut. Ähm, starting from the far east. All to rechts. Af... Ja. Ähm, after moving two steps... steps north. Hai? Zwei Stunden in orden? Head two steps towards the rest. Wette? West. Okay. Westen. Zweimal Westen. Westen ist dir eingeschlagen. Ich versuche jetzt mal auf Deutsch zu besetzen. Ja, tu es bitte. Ähm, bewegt es zwei Schritte in Ristum Noan. Geltan, ich lebe noch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nimm einen Schritt nach Osten. Osten. Und jetzt noch einmal nach vorne. Du weißt, nach Norden damit. Na, es geht nach vorne. Heading forward once. Also, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder... Es geht nach Norden. Ich lebe. Ich bin durchgekommen. Yes! Oh, was ist das denn für ein Raum? Ich habe eine Falltür auf dem Boden. Ich habe diverse Szenen. Und ich habe diverse Kurbeln. Dann habe ich noch das Blutlicht. Und hier ist eine... Und ich bin in deinem Theater. Und ich bin in deinem Theater. Welcome to tonight's Feature Show. Ich glaube, ich muss dir... Okay, wenn wir da... Ich glaube, ich muss dir deine Geschichte entsprechen, die richtigen Dinge ziehen, nicht wahr? Ich bin in einem Theater. Und ich sehe eine Bühne. Und es glaubt, du musst dir das Ding hebel ziehen. Und es kann Tür... Türen... Vermute ich. Es kann auf die Bühne gehen. Mit einer Fall... Auf der eine Falltür ist. Also, ich habe... Ich habe gerade den Hebel mit 10.1. Und du musst mir einfach sagen, welche Dinge ich bewege. Was bewegt... Okay, was bewegt... Ich ziehe die Hebel einmal durchgehend. Was bewegt dieser Hebel? Sch! Ich weiß nicht, was die Hebel mit dir... Okay, was bewegt dieser Hebel? Was bewegt dieser Hebel? Was habe ich dir gegeben? Hast du eine Hexe gezogen? Sekunde. Was ist das hier? Ist das eine Burg? Bruder? Es wird gruselig hier. Ist das eine Burg? Nix ist eine Burg. Ist das eine Burg? Es ist... Nix ist... Es passiert nix. Ich sehe nur eine Hexe. Glauben es. Und desto näher es an die kommen, desto schwer zerbricht man es. Oh, ich verstehe. Dann habe ich die dir nicht gegeben. Dann will die dich doch nicht töten. Was ist die bitte? Ich sage, ziehen. Okay. Zieh deine Hebel, bitte. Ich ziehe doch alle Hebel. Oder Sekunde mal. Warte. So, jetzt habe ich 10.1 gezogen. Und... Ist das eine Burg? Nix passiert. Bewegt das irgendwas? Nein. Doch jetzt. Ah, was gebe ich dir gerade? Du gibst mir den Torbogen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Burg ist, aber hier bitte. Sag, du sagst, was es über deine Position steht. Okay. Ähm... Es scheint noch nicht richtig zu sein. Es ist rot. Du hast den roten Hebel gezogen, ne? Die Hexe bewegt sich nicht zu mir. Nein, nein, was tust du? Okay, ich... Ich weiß nicht, welche Richtung ich was tust. Okay, lass in der Position stehen. Zieh noch irgendwas... Zieh einen anderen Hebel. Ich brauche Leben. Wir brauchen Leben. Ja. Genau, 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 genau. Jetzt zieh noch einen Hebel. Zieh noch einen Hebel. Ich ziehe einen Hebel. Ja, ja, genau, genau. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Noch einen nächsten. Den nächsten? Alles klar. Ja. Okay, das glaube ich... Das glaube ich falsch. Es ist keine Burg, das füllt mit Leben. Ich muss halt das Richtige weiterziehen. Die richtigen Sachen. Da ist... Ja, ich weiß aber nicht. Alles, was er mir sagt, das... Sag... Genau, genau. Zieh den Hebel und zieh alle anderen wieder weg. Außer den... Okay. Letzter Hebel ist eine Burg gewesen. Ich zieh den zurück. Den weg. Weg, 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 weg. Es ist eine Arbeit. Es ist eine Arbeit, Lu. Die Hexe kommt näher und es ist verdammt gruselig. Sag, wo scheinbar die Dinge weg sind? Ja. Okay. Ah! Bis weg! Das nächste! Nein! Nicht das! Das zurück! Okay. Äh. Hier. Oder ist das das richtig? Nein! Welche Richtung ist die richtige? Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Stopp. Okay. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bitte noch ein Stück. Bewege, bewege, bewege das, das, das Leben noch ein Stück. Ach, das ist das Leben gewesen. Okay. Äh. Sie kommt näher. Ich glaube, du bist tot. Ich bin so gut wie tot. Ist das, ist das Buch und Leben da? Ich habe keine Ahnung. Das Leben ist, du, das Leben noch ein bisschen mehr aufziehen, bitte. Ich, ich weiß nicht, was das Leben ist. Man zieht einfach irgendwo aus dem Himmel. Es sagt dir so, ob das Leben ist. Nein. Nein. Ich sehe die Augen. Nein. Nein. Ich habe doch keine Ahnung, was ein Leben ist. Ich bin Let's Player. Ich habe sowas nicht. Bitte zählen, was im nächsten Himmel. Ich, ich habe nur aufschönen. Nein, genau der, genau der andere Richtung. Okay. Noch ein Stück. Bitte noch ein Stück. Er ist an Arbeit. Ich kann nicht mehr viel drehen. Okay, dann kannst du weiter. Ähm, kannst du vielleicht den Castle noch ein Stück? Wie oft muss ich die Teile denn drehen, damit die erscheinen? Ich weiß nicht, es scheint gerade nichts. Vielleicht soll ich mich einfach kurz mal töten lassen. Vielleicht, vielleicht muss ich auch irgendwie den Hebel bewegen oder sowas. Oder so was in der Art. Was, 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 wenn ich jetzt 10? 1, 4? Okay, ich bin tot. 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 Adios, Bruder. Nein, Luv. Hä? Wieso ist alles weg? Ich glaube, ich habe die Szene resettet. Ähm. Ich habe Angst. Oh, warte. Pass auf, pass auf. Hier kommt gerade mal eben die... Hier kommt gerade mal eben jetzt die... Okay, stopp. Hier ist das Leben. Hier ist das Leben. Das Licht ist gerade rot geworden. Ich würde sagen, gute Nacht, du. Ja. Okay. Musst du vielleicht irgendwo einen Hebel ziehen oder so? Nee, aber ich gucke mir das gerade von hinten an und jetzt sehe ich alles. Okay. Okay, Castle filled with life. Ähm, kannst du... Drück mal noch einen anderen Hebel. Was macht der da? Castle. Ja, das wäre... Das... Ja, okay. Geh. Weiter, weiter. Was ist das Zweite? Jetzt kann ich jetzt checken, ob es wusst ist, was... Die Hexe ist da. Wir haben's. König. König? Zieh den nächsten Hebel. Nein, das ist der Fallse. Der Salzschraub. Genau. Genau. Genau, wirst du da. Nimm mal das Leben weg. Das ist die Burg. Okay, du brauchst ne Burg. Das ist das Leben dann. Ja. Ja. Der Bildschirm ist langsam dunkler. Ja. Die Hexe ist extrem nah. Du bist tot. Kann... Kannst du den König noch ein bisschen näher ran bewegen? Äh... Den. Ich hab Angst. Eventuell hättest du... Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen, weil es ist extrem gruselig. Das ist in Arbeit. Was soll ich jetzt machen? Was brauchst du? Ja, der hat halt nur gesagt, der hat halt nur gesagt, der liegt der King with his wife. Aber die Sache ist, Königin, König und Burg sind alle da. Bewegt die Burg weg. Das ist die Königin. Okay, ach, die Königin war da. Das ist der König. Das ist die Burg. Und ich glaub, das Leben muss gleich auch weg. Leben ist schon weg. Ach, Leben ist schon weg. Bei dir wahrscheinlich auch gleich. Ähm... Kannst du die Frau noch mal wegbewegen? Also, die Königin. Jetzt bewegt sie wieder her. Du musst schon in der richtigen Rennfolge alles auftauchen, meinst du? Ja. Äh... Ist das immer dunkler? Ja. Schwarz. Ich bin gut. Retrial vom Checkpoint. Ah! Ich will das! Nein, 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 nein. Der Checkpoint, weißt du, wo der ist? Ähm... Wir haben wieder Symbole. Symbole? Ja, wir müssen wieder über... Ich muss wieder über Druckplatten drüber. Gut, ich habe... Die gleiche? Nein. Okay. Ich habe aber den Sklopen. Ich habe wieder den Dreibeinigen, der sich freut. Dann... habe ich einen anderen Penis. Mit, ähm... Den Penis mit Bällen übermütigem Strich. Und so ein Strich, der nach vorne rauskommt. Und... Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das beschreiben möchte. So ein, äh... So ein fettleib... So eine fettleibige Blume mit Ärmchen, die sich auch freut. Was? Okay, fahr doch mal mit dem ersten an. Okay. Fettleibige Blume mit Ärmchen, die sich freut. Ja. Hab ich. Übermütiger Penis. Ja. Dann so ein komisches, äh... Hakenkreuz-Teil mit einem Kreis obendran. Oder so eine Ellipse obendran. Du meinst ein Indizes-Symbol wie das... So ein Indizes-Symbol... Genau, so ähnlich wie... So ähnlich wie der Angehakt mit... Ohne X. Genau, so ähnlich wie der Angehakt mit Bückstück, nur mit einer flacheren Ellipse und... Dreiermiger ohne... Dreiermiger, der sich freut und, äh, Zyklop im Kleid auf dem Boot. Im Kleid oder ohne Kleid? Im Kleid. Mit Kleid. Okay. Dann muss das ein anderes Buch sein. Nein. Ich hab's. Oh, jetzt ist es zu dunkel, um es zu lesen. Motherfucker. Okay, so. Ähm... In die westliche Ecke, da ist ein Star. Ein... Äh, was soll... Ähm... Bewegtes Rüstung Norden, aber pass auf deinen Schritt auf. Was soll das jetzt heißen? Ich bin in Norden, ich lebe noch. Einen Schritt hab ich gemacht. Wie viele Schritte sollte ich? Ein? Ähm... Da steht Zeit, Miss. Bevor die letzte... Bevor die letzte Teil, you must head east. Okay, also bis zum letzten, bis zum vorletzten und dann nach Osten. Wie weit? Ja. Das steht dann, Miss. Ähm... After these two steps. Zwei Schritte. Okay. Du musst also immer den nächsten mitrechnen. Nimm einen Schritt nach Süden. Ja. Ähm... Geh zur Östlissen Mauer. Ja. Und dann darfst du zur Tür. Ja, ich lebe. So. Szene 1. Oh, was will das? Was ist denn? Oh Gott, das ist großartig. Wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, willkommen zur heutigen Feature-Show. Bau... Bau die... Das Leben und... Die Burg auf. Zieh dir einen Hebel. Dann sagst du, ob es richtig ist. Ja. Das ist Leben. Stopp. Die Burg. Genau. Weiter. Weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Perfekt. Und jetzt zieh die Königin raus. Die Königin. Die Königin. Das ist die Königin, die Grazie, oder? Ja. Warte. Ich verstehe es nicht. Und der König? Die... Nein, nein, nein. Die Sache ist, das letzte Mal... Sie packt die Königin mal wieder weg. Oh, nein, stimmt. There once was a castle fitted with life. Du musst das Leben erst mal wieder wegziehen. Was? Das Leben zuerst wegziehen? Das Leben zieht das Leben weg. Und jetzt... Hol's wieder. Ist die Königin schon weg? Ja. Hol's wieder. Fick das, Hexe. Leben wird gerade wiedergebracht. Ich verstehe es nicht. Ist die Burg fast noch nicht richtig da? Doch, die Burg ist resist da. Jetzt... Ich ziehe die Königin wieder raus. Nicht zuerst den König? Nein. Okay. Ich verstehe es nicht. Denn das letzte Mal... Das letzte... Er sagt... There once was a castle filled with life. Aber die Sache ist... Das letzte Mal war die... War drau... War... War eine Menschenmenge... Die Burg... Und die Königin draußen, als es funktioniert hat. Kann ich vielleicht auch was anderes sagen. Vielleicht muss ich den Hebel halt ziehen. Sobald ich ziehe die Königin kurz mal wieder weg. Ja. Und dann... Ziehe ich mal den 10a1 Hebel. Ist die Königin weg? Ja. Ja! Gut. Nächstes? Jetzt kommt der König... Jetzt kommen die Männchen... Königin! Königin! Also Leben muss erstmal weg. König! 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 Leben muss erstmal weg. Ja, die Szene ist schon weg. Die Szene ist schon weg. Hol den König raus. König ist da? Jetzt Königin! Ich verstehe es. Du musst immer den Hebel drucken. Genau, ich muss dann nach den Hebel ziehen. Weil ich ja sicher sein kann, dass er alles richtig hält. Das war falsch. Bring die Kassel zurück. Okay, die Burg kommt wieder... Das war die Burg. Jetzt! Das war das Kasselев Ich. Und da er lebt ein Kind, mit seinem Vater. Und da er liegt a King of his wife. Untertitelung des ZDF, 2020